Familie 1 Mein Name ist Theo Müller. Ich bin am 29. Oktober 1987 in Göttingen geboren. Ich war ein Jahr lang mit meiner Mutter zu Hause. Sie begann dann wieder zu arbeiten, deshalb bin ich in die Kinderkrippe in der Nähe unserer Wohnung gegangen. Mit drei Jahren ging ich in den Kindergarten, den ich vier Jahre lang besucht habe. Die Kindergärtnerinnen waren sehr nett, ich hatte viele Freunde, so bin ich sehr gern in den Kindergarten gegangen. Als ich fast sieben Jahre alt war, ging ich in die Grundschule. Am Anfang war es sehr schwer für mich, da ich niemanden in unserer Klasse kannte. In der Grundschule war ich ein sehr guter Schüler. Ich hatte nur gute Noten in allen Fächern. Zweimal in der Woche hatte ich Fußballtraining und ich habe vier Jahre lang die Musikschule besucht, wo ich Gitarre spielen lernte. Nach der Grundschule habe ich das Goethe-Gymnasium besucht, eine Spezialklasse mit erweitertem Matheunterricht. Das heißt, dass wir jeden Tag Mathestunden hatten. Im Gymnasium habe ich zwei Fremdsprachen gelernt. Englisch und meine zweite Fremdsprache war Französisch. Wir hatten eine sehr gute Klassengemeinschaft. Nachmittags und an den Wochenenden haben wir viel gemeinsam unternommen, wie Theater- oder Kinobesuche, Klassenausflüge, Spaziergänge und Feten. Ich hatte viele gute Freunde und die Lehrer waren auch in Ordnung. Ein bisschen streng, aber hilfsbereit und gut ausgebildet. In der Mittelschule war ich ein sehr guter Schüler. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, mich um einen Studienplatz an der Technischen Universität in Stuttgart zu bewerben. Ich musste dazu eine Aufnahmeprüfung in Mathematik und Physik ablegen. Ich wurde aufgenommen und habe an der Universität fünf Jahre lang studiert. Ich habe Architektur studiert. Ich habe mein Diplom vor zwei Monaten erworben. Zurzeit bin ich Freiberufler. Ich kann Auto fahren. Seit drei Jahren habe ich einen Führerschein. Ich habe sehr gute Computerkenntnisse. Familie 2 Wir sind zu fünft in unserer Familie. Meine Eltern, meine jüngere Schwester, mein älterer Bruder und ich. Meine Mutter heißt Gerlinde Schneider, geborene Müller. Sie ist 45 Jahre alt und Lehrerin von Beruf. Sie unterrichtet Deutsch und Geschichte in einer Hauptschule. Sie ist nur vormittags in der Schule. So kann sie sich viel um ihre Familie kümmern. Sie führt den Haushalt und sorgt für alles. Da sie gut mit den Kindern umgehen kann, hat sie uns gut erzogen. Mein Vater heißt Josef Schneider. Er ist 49 Jahre alt und arbeitet als Diplom-Ingenieur bei einer schweizerischen Firma. Er ist ein Mann mittleren Alters, aber er sieht für sein Alter immer noch gut aus. Grundsätzlich ist er ein geduldiger Mensch, aber wenn er müde ist, geht er schnell in die Luft. Meine jüngere Schwester heißt Disa. Sie ist acht Jahre jünger als ich. Sie ähnelt unserer Mutter, aber ihre inneren Eigenschaften hat sie von unserem Vater geerbt. Wir kommen miteinander nicht immer gut aus. Wir streiten uns oft über Kleinigkeiten. Sie geht in ein Gymnasium und sie möchte Schauspielerin werden. Mein älterer Bruder heißt Markus. Er ist drei Jahre älter als ich. Er studiert an der Universität für Betriebswirtschaftslehre. Er möchte als Manager bei einer multinationalen Firma arbeiten. Er wird seine Studien in einem Jahr abschließen. Er ist sehr gutherzig, geduldig. Ich komme mit ihm gut aus. Wir unternehmen viel gemeinsam. Wir haben auch gemeinsame Freunde. Er treibt gern Sport. Er spielt Tennis. Da meine Mutter aus einer kinderreichen Familie stammt, haben wir eine große Verwandtschaft. Sie hat drei Schwestern und zwei Brüder. So haben wir drei Tanten und zwei Onkel und viele Cousinen und Cousins. Mein Vater ist Einzelkind. Er hat keine Geschwister. Meine Großeltern väterlicherseits sind schon gestorben. Meine Großeltern mütterlicherseits leben auf dem Lande. Sie sind schon im Ruhestand. Aber sie sind immer noch sehr vital. Wir besuchen sie oft. Meine Oma kann sehr gut kochen. Wenn wir sie besuchen, kocht und bäckt sie den ganzen Tag. Das Haus duftet nach leckerem Kuchen. Familie 3 Ich habe viele gute Freunde und da ich leicht neue Freundschaften knüpfe, werden sie immer mehr. Einige von ihnen sind Freunde fürs Leben, einige stehen mir nicht so nahe. Die Freunde, mit denen ich zusammen etwas unternehme, sind langjährige Freunde von mir. Wir unterhalten uns, spielen Gesellschaftsspiele oder wir gehen aus. Mit meinem besten Freund kann ich über alles sprechen. Er ist 25 Jahre alt und Zahntechniker von Beruf. Wir kennen uns seit einer Ewigkeit. Wir sind in denselben Kindergarten gegangen. Er wohnt in der Nachbarstraße. Und wie sieht er aus? Er ist groß. Er hat kurze, schwarze Haare und grüne Augen. Er trägt einen Bart, aber das gefällt seiner Freundin nicht besonders. Er trägt eine Brille. Er hat ein gepflegtes Aussehen. Obwohl er ein Mann ist, verbringt er viel Zeit vor dem Spiegel. Er hat eine sportliche Figur. Er geht viermal in der Woche ins Fitnessstudio. Er hat viele gute Eigenschaften. Er hält immer sein Wort. Man kann sich auf ihn immer verlassen. Er hat Sinn für Humor. So haben wir viel Spaß miteinander. Er steht gerne im Mittelpunkt. Er könnte tagelang reden und reden. Meine beste Freundin heißt Claudia. Ich gehe mit ihr seit sechs Monaten. Sie ist ein attraktives Mädchen. Sie hat lange, blonde Haare und blaue Augen. Ihr Gesicht ist rund und sie hat mandelförmige Augen. Sie ist mittelgroß und hat eine schlanke Figur. Sie trägt im Allgemeinen sehr modische und schicke Kleider. Sie hat gut geformte Beine, deshalb trägt sie gern Röcke. Sie ist intelligent, sie liest viel, vor allem historische Romane. Da sie aber sehr schön ist, trägt sie manchmal die Nase hoch und ist ein bisschen eingebildet. Daneben hat sie aber viele positive Eigenschaften. Sie ist warmherzig, optimistisch und immer gut gelaunt. Die wichtigsten Familienfeste, die in Ungarn in den meisten Familien gefeiert werden, sind der Namenstag, der Geburtstag, Ostern, die Hochzeit, der Muttertag, der Nikolaustag, Weihnachten und Silvester. Den Geburtstag kann man im Familienkreis oder im Freundeskreis feiern. Das Geburtstagskind veranstaltet eine Geburtstagsparty, zu der die Freunde oder Verwandten eingeladen werden. Als Höhepunkt der Party wird die Torte aufgeschnitten. Zum Geburtstag bekommt man Blumen und verschiedene Geschenke von den Freunden und Familienmitgliedern und es gibt ein besonders leckeres Essen. Der Muttertag fällt auf den ersten Sonntag im Mai. Die Kinder tragen im Rahmen einer Aufführung schöne Lieder und Gedichte im Kindergarten oder in der Schule vor. Die Mütter bekommen ein selbstgebasteltes Geschenk und schöne Frühlingsblumen. Weihnachten ist das schönste Fest des Jahres, auf das besonders die Kinder ungeduldig warten. Sie schreiben Briefe an das Jesuskind, in denen sie ihre Wünsche äußern. Die Adventszeit beginnt schon vier Wochen vor Weihnachten und jeden Sonntag wird eine neue Kerze auf dem Adventskranz angezündet. In vielen Städten werden Weihnachtsmärkte veranstaltet, wo man Geschenke kaufen kann und es duftet überall nach Glühwein und Honigkuchen. Das Fest beginnt am 24. Dezember, am Heiligen Abend. Das Christkind bringt den Kindern einen schön geschmückten Weihnachtsbaum. Unter dem Baum liegen die Geschenke. An diesem Abend sind die Familien zusammen. Sie unterhalten sich, spielen mit den Kindern. Um Mitternacht geht die Familie in die Kirche zur Christmesse. An den nächsten zwei Tagen besuchen Verwandte und Freunde einander. Zu Ostern feiern wir die Auferstehung Christi. Ostern besteht aus zwei Tagen. Am Ostersonntag bringt der Osterhase den kleinen Kindern Geschenke. Am Ostermontag begießen die Jungen die Mädchen, damit sie nicht verwelken. Die Jungen tragen lustige Gedichte vor und bekommen dafür rote Eier von den Mädchen. Traditionelle Speisen sind Schinken und gekochte Eier. Feste 2 Der wichtigste Nationalfeiertag ist der 15. März. An diesem Tag feiern wir den Tag der Revolution und des Freiheitskampfes von 1848-49. Das ist ein gesetzlicher Feiertag. Vor allem in Budapest gibt es viele Veranstaltungen. Die Nationalhymne wird gesungen, Politiker halten Reden, man trägt Krokaden. Sie besteht aus rot-weiß-grünen Schleifen. Auch in den Schulen werden Gedenkfeiern veranstaltet. 1848 brach in Buda und Pest eine Revolution aus. Die Forderungen wurden in zwölf Punkten zusammengefasst. Viele Menschen, berühmte Dichter und Schriftsteller gingen auf die Straße. Das Land kämpfte für seine Unabhängigkeit. Der Kampf endete 1849 erfolglos. Am 20. August wird der Tag des neuen Brotes und des Heiligen Stefan gefeiert. Wir feiern an diesem Tag den ersten ungarischen König, Stefan, den Staatsgründer von Ungarn. Es gibt in vielen Städten und Dörfern Veranstaltungen. Konzerte, Straßenfeste und am Abend ein großes Feuerwerk. Am 23. Oktober wird der Tag der Republik gefeiert. Im Jahre 1956 wurde das Land von der Sowjetunion unterdrückt. Man forderte Rechte und Reformen. Es brach eine Revolution aus. Die sowjetischen Gruppen wurden aufgefordert, das Land zu verlassen. Es wurde geschossen und die Revolution wurde niedergeschlagen. Feste 3 Die größten Feste, die in Deutschland gefeiert werden, sind kirchliche Feste wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Daneben gibt es noch weitere christliche Feiertage wie Christi Himmelfahrt, Fron Leichnam, Allerheiligen und so weiter. Der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, ist ein nationaler Feiertag. In der Geschichte Deutschlands begann eine neue Epoche, als die Deutschen 45 Jahre nach Kriegsende wieder zu einem demokratischen Staat vereint wurden. Am 3. Oktober um 0 Uhr trat die DDR der Bundesrepublik bei und hörte damit zu existieren auf. Dann feierte ganz Deutschland mit Feuerwerken, Volksfesten und Glockengeläut, wurde die Einheit begrüßt. Auch in Österreich sind die traditionellen Feste sowie andere kirchliche und staatliche Feiertage mit arbeitsfreien Tagen verbunden. Der 26. Oktober ist der österreichische Nationalfeiertag. Die Republik Österreich ging am 12. November 1918 aus der Donaumonarchie hervor, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg am 27. April 1945 wieder gegründet und erklärte sich am 26. Oktober 1955 für immerwährend neutral. In der Schweiz ist nur der 1. August als Feiertag für das gesamte Land festgelegt. Die Entstehung der Eidgenossenschaft wird an diesem Tag gefeiert. Im Jahre 1291 trafen sich drei Vertreter der Waldstätten Uri, Unterwalden und Schwitz, um ein Bündnis gegen ihre Feinde zu schließen. Alle anderen Feiertage werden von den Kantonen festgelegt. Außer der Bundesfeier gibt es nur noch drei weitere Tage, die ebenfalls in der gesamten Schweiz anerkannt sind. Neujahr, Aufwart und der 1. Weihnachtsfeiertag. In weiten Teilen des Landes werden zudem Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag und der Stephanstag, 2. Weihnachtstag, gefeiert. Das Zuhause und die nähere Umgebung 1 Ich lebe in der Hauptstadt von Ungarn, in Budapest. Diese Stadt hat ungefähr 2 Millionen Einwohner, sie ist also eine Großstadt. Viele Touristen besuchen sie jedes Jahr, weil diese Stadt außer ihrer günstigen geografischen Lage auch sehr viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Meist besuchte Attraktionen sind zum Beispiel der Heldenplatz, die Kettenbrücke und das Burgviertel mit der Matthiaskirche oder der Fischerbastall. Meine Familie und ich wohnen im 11. Bezirk in einer Wohnsiedlung. Diese Umgebung finde ich sehr angenehm, weil sie einerseits sehr ruhig ist, andererseits kann ich in der Nähe alles erledigen, ohne ins Zentrum fahren zu müssen. An der Ecke gibt es eine Post, einen Tante-Emma-Laden und bis zu meiner Schule muss ich auch nur 10 Minuten laufen. In Budapest gibt es für jede Altersgruppe zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten, egal ob man ins Museum, ins Kino, ins Theater oder auf Partys gehen möchte. Hier findet man wirklich alles. Das Großstadtleben hat natürlich auch seine Nachteile. Es gibt ziemlich große Entfernungen und in den Morgen- und Abendstunden gibt es auch sehr viele Staus. Wegen den vielen Autos ist die Luft natürlich nicht so frisch wie auf dem Lande und Aufflugsorte sowie Wanderwege findet man auch nur außerhalb der Stadt. Meine Großeltern wohnen am Plattensee in einem kleinen Dorf. Ich besuche sie oft und verbringe auch öfters mehrere Tage bei ihnen. Ich mag das Großstadtleben, trotzdem genieße ich die Ruhe auf dem Lande, die frische Luft und die Zeit in der Natur. Es ist natürlich viel schöner in einem Haus mit Garten zu wohnen als in einer Wohnung, obwohl ein größeres Haus auch meistens mehr Arbeit bedeutet. Das Zuhause und die nähere Umgebung 2 Meine Familie und ich leben in einem Einfamilienhaus. Wir wohnen in einer Großstadt, aber nicht im Zentrum, sondern am Stadtrand. Unser Haus liegt nicht besonders verkehrsgünstig, die nächste Bushaltestelle ist etwa 10 Minuten von unserem Haus entfernt. Zum Glück fährt mich mein Vater oft in die Stadt oder ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn ich zur Uni muss, nehme ich zuerst den Bus, dann steige ich in die Straßenbahn um und schließlich muss ich noch 10 Minuten spazieren. Es lohnt sich trotzdem, weil ich sehr gerne hier wohne. Die Luft ist frisch und der Verkehr auf den Straßen ist nicht so groß. Oft fühlt man sich beinahe so, als würde man auf dem Lande wohnen. Bei uns gibt es immer etwas zu tun. Unser Haus hat zwei Stockwerke mit insgesamt sechs Zimmern. Wir haben ein Wohnzimmer, eine große Küche, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein Gästezimmer. Meine Mutter arbeitet sehr viel, um alles in Ordnung zu halten. Ich helfe ihr oft beim Saubermachen, Staubsaugen oder Abwaschen. Beim Kochen kann ich ihr aber leider nicht helfen, weil ich darin sehr ungeschickt bin. Mein Zimmer halte ich natürlich in Ordnung, es ist mein Lieblingsraum in dem Haus. Ich habe es nach meinen eigenen Vorstellungen eingerichtet und ich denke, es ist sehr gemütlich. Die Wände sind hellbraun, moderne Bilder hängen an der Wand und die Möbelstücke habe ich mir auch selbst ausgewählt. Das Zimmer ist sehr hell und aus dem Fenster bietet sich ein sehr schöner Ausblick auf unseren Garten und die Landschaft. Mit dem Garten beschäftigt sich vor allem mein Vater. Mein Bruder hilft ihm manchmal, aber er ist sehr faul. Wir haben viele Blumen, die man gießen muss und auch einige Obstbäume, die man regelmäßig pflegen und auch beschneiden muss. Jede zweite oder dritte Woche muss man auch den Rasen mähen. Das Zuhause und die nähere Umgebung Die meisten Menschen wünschen sich eine eigene Wohnung oder ein Haus. Es ist ein schönes Gefühl, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Es bietet Sicherheit. Bei einem Neubau können sich die Käufer wandfarben und einige Einrichtungsgegenstände bereits bei dem Bau auswählen. Bei Altbauwohnungen muss man meistens gleich mit der Renovierung beginnen, kann aber dann den Wohnraum nach seinem eigenen Geschmack umgestalten. Wenn man nicht genug Geld hat, um sich ein eigenes Heim zu kaufen oder zu bauen, kann man einen Kredit aufnehmen oder staatliche Unterstützung beantragen. Viele Menschen sparen für eine Wohnung und in der Zwischenzeit leben sie zur Miete. Sie schließen einen Mietsvertrag, zahlen dem Vermieter monatlich eine festgelegte Summe und natürlich die Kosten für Heizung, Elektrizität und Wasser, die Nebenkosten. Viele Menschen verkaufen ihre Wohnungen, weil sie ihren Kredit nicht tilgen oder ihre Kosten nicht bezahlen können. Dann ziehen sie in eine kleinere Wohnung oder in Untermiete und versuchen zu sparen. Es gibt auch viele Studenten, die weit von ihrem Wohnort entfernt studieren und sich in der Nähe ihrer Hochschule eine Wohnung mieten. Wenn sie nicht alleine leben möchten, können sie auch in eine sogenannte WG, eine Wohngemeinschaft wählen und die Kosten mit anderen Studenten teilen. Für Studenten und Schüler bieten die Schulen auch Zimmer in Studenten- oder Schülerwohnheimen an. Hier teilen sich zwei, drei oder vier Personen ein Zimmer. Mit anderen Menschen zusammenzuleben hat Vorteile, aber auch Nachteile. Auf der einen Seite ist man nie allein und man kann sich bei der Prüfungsvorbereitung helfen. Man findet auch leicht einen Kumpel, wenn man etwas unternehmen möchte. Auf der anderen Seite kann es aber auch störend sein, weil man nie oder nur selten allein sein kann und oft Kompromisse schließen muss. Schule 1 Der Unterricht beginnt in den meisten Schulen um 8 Uhr. Die Schüler müssen 10 Minuten vor Beginn der ersten Stunde in der Schule sein. Eine Stunde dauert 45 Minuten, die Pausen dauern 5, 10 oder 15 Minuten lang. Im Durchschnitt haben die Schüler 6 Stunden an einem Tag. Im Stundenplan steht, welche Fächer die Schüler an den verschiedenen Tagen haben. Es gibt viele verschiedene Unterrichtsfächer, wie zum Beispiel Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geografie, Geschichte, Literatur, die Muttersprache, Philosophie, Sport, Musik, Kunst, Informatik, Fremdsprachen und in speziellen Schulen gibt es auch noch weitere Fächer. Eine Stunde beginnt im Allgemeinen mit der Kontrolle der Hausaufgabe oder die Schüler werden abgefragt. Der Lehrer beurteilt ihre Leistung, dafür bekommen sie eine Note. Dann trägt der Lehrer den neuen Lehrstoff vor, erklärt die Regeln. Danach werden Übungen in Partner- oder Gruppenarbeit gemacht. Am Ende der Stunde wird die Hausaufgabe aufgegeben. Wenn die Klasse ein Thema abgeschlossen hat, schreiben die Schüler eine Klassenarbeit oder einen Test. Die werden vom Lehrer kontrolliert und bewertet. Manche Lehrer sind hilfsbereit, gerecht und geduldig. Manche sind aber sehr streng. Es gibt moderne und alte Schulgebäude. In einer Schule gibt es viele Klassenzimmer, wo die Schüler lernen. Im Lehrerzimmer haben die Lehrer die Möglichkeit, sich auf die Stunden vorzubereiten oder die Klassenarbeiten zu korrigieren. In der Turnhalle turnen die Schüler und nachmittags trainieren sie in der Schulmannschaft. In der Aula finden die Schulferien statt. Im Physiksaal werden die Physikstunden gehalten. Hier können Lehrer und Schüler experimentieren. In vielen Schulen gibt es auch ein Schulbuffet, in dem die Schüler in den Pausen einen Tee trinken, ein Sandwich oder etwas zum Naschen kaufen können. In der Schulbibliothek leihen sich die fleißigen Schüler Bücher aus. Schule 2 Heutzutage werden die Kinder mit 6 oder 7 Jahren eingeschult. Die Grundschule umfasst in Ungarn die Klassen von 1 bis 8. Die schulreifen Kinder gehen in die 1. Klasse. Am Nachmittag sind die Kinder im Schulhort. Dort schreiben sie die Hausaufgaben und spielen mit ihren Mitschülern. Wenn der Schüler die 8. Klasse beendet hat, kann er von mehreren Möglichkeiten wählen. Man kann an ein Gymnasium, eine Fachmittelschule oder eine Fachschule gehen. Das Gymnasium umfasst die Klassen von 9 bis 12 und schließt mit dem Abitur ab. Einen Beruf kann man in einer Fachschule oder Fachmittelschule erlernen. Während der Ausbildungszeit lernen die Schüler nicht nur in der Schule, sondern sie haben auch ein Praktikum in einem Betrieb. In den Fachmittelschulen müssen die Schüler ein Fachabitur ablegen. Es besteht aus dem allgemeinen Abitur und der Facharbeiterprüfung. Die künftigen Facharbeiter werden in Berufsschulen für Berufe aus den Bereichen der Industrie, der Landwirtschaft oder des Handels ausgebildet. Die Ausbildungszeit dauert drei Jahre. Nach der Ausbildungszeit legen die Schüler die Facharbeiterprüfung ab und erhalten einen Facharbeiterbrief. Die Schüler bekommen für ihre Leistung in der Schule von ihren Lehrern Noten. Sie werden mit Noten von 1 bis 5 bewertet, wobei die 1 die schlechteste, die 5 die beste Note ist. Am Ende des Schuljahres teilt der Klassenlehrer seiner Klasse die Zeugnisse aus. Wenn der Schüler ein gutes oder mittelmäßiges Zeugnis hat, kann er in die nächste Klasse versetzt werden. Wenn er aber in einem Fach eine 1 hat, bleibt er sitzen, das heißt, dass er die Klasse wiederholen muss. Schule 3 In der 12. Klasse des Gymnasiums oder noch früher muss man sich darüber Gedanken machen, wo man weiter studieren möchte, woran man Interesse und Begabung hat. Die Berufswahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben. Mit 5 oder 6 Jahren wollen die meisten Mädchen Tänzerin, Schauspielerin oder Friseurin, die jungen Lokomotivführer, Feuerwehrmann, Polizist oder Millmann werden. Später hat man aber auch andere Interessen. Wenn man unsicher ist, welchen Beruf man wählen sollte, kann man sich an die Eltern, den Klassenlehrer oder eine Berufsberatung wenden. Es gibt immer Modeberufe. Heutzutage wollen viele Betriebswirt, Computerspezialist oder Jurist werden. Diese Berufe sind sehr beliebt, weil viele denken, dass man damit viel Geld verdienen kann. Viele Schüler möchten außerdem im Außenhandel oder im Tourismus arbeiten. Es gibt Berufe, zu denen man ein Diplom bzw. ein Staatsexamen braucht. Das Abitur berechtigt den Schüler zum Universitätsstudium. Ob ein Schüler an der Universität aufgenommen wird oder nicht, hängt davon ab, wie er im Gymnasium gelernt hat und wie sein Abitur gelungen ist. An der Universität wird jedes Semester mit Prüfungen und Klausurarbeiten abgeschlossen. Wenn ein Student in der Prüfung durchfällt, muss er eine Nachprüfung ablegen. Einen Hochschulabschluss brauchen zum Beispiel Ärzte, Lehrer, Ingenieure, Betriebswirte. Heutzutage wird viel über das lebenslange Lernen gesprochen. Wie das alte Sprichwort besagt, man lernt nie aus. Man muss sich ständig weiterbilden, um neue Kenntnisse erwerben zu können. Heutzutage sind viele Arbeitnehmer gezwungen, zusätzlich zu ihrem ursprünglich erlernten Beruf einen anderen hinzuzulernen, damit sie nicht entlassen werden oder eine neue Arbeitsstelle finden können. Arbeitswelt 1 Manche wissen es bereits als Kind, was sie später einmal werden möchten. Manche entscheiden sich erst in der Schule für einen Beruf. Es gibt auch Menschen, die sogar mehrere Berufe ausüben oder einen neuen Beruf ergreifen. Bei der Entscheidung der Berufswahl spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Eine Tätigkeit zu wählen, zu der man eine Affinität verspürt, die auch gefragt ist und eine entsprechende Verdienstmöglichkeit bietet. Diejenigen, die nicht an einer Fachhochschule oder Universität studieren möchten, haben die Möglichkeit, einen Beruf in einer Berufsschule oder im Rahmen einer anderen theoretischen und praktischen Ausbildung zu erlernen. Dieser Weg hat seine Vor- und Nachteile. Handwerker wie Maurer, Mechaniker oder Friseure haben oft eine abwechslungsreichere, weniger langweilige Tätigkeit, eine flexible Arbeitszeit, aber dafür sind sie grösseren physischen Belastungen ausgesetzt. Teilweise ist ihre Arbeit auch saisonal bedingt. Diejenigen zum Beispiel, die im Freien arbeiten, sind von den Wetterverhältnissen abhängig. Andere, die im Tourismus oder in der Gastronomie arbeiten, sind ebenfalls von der saisonalen Nachfrage abhängig. Dafür können sie aber, wenn sie nicht studieren, früher anfangen zu arbeiten und dadurch auch früher eine Existenz gründen. Andere studieren drei, fünf oder mehr Jahre lang und suchen sich nach dem Abschluss des Studiums einen geeigneten Arbeitsplatz. Immer mehr Jugendliche entscheiden sich für diese Alternative und dadurch gibt es ein sehr großes Angebot an hochqualifizierten Berufsanfängern auf dem Arbeitsmarkt. Als Jurist, Betriebswirt oder Arzt muss man sich weiter spezialisieren und dabei auch die Marktsituation beachten. Heutzutage ändern sich die Bedürfnisse schnell und durch die Globalisierung bieten sich viele Möglichkeiten. Deshalb entscheiden sich viele bereits Berufstätige für eine Umschulung oder Weiterbildung, um ihre Kenntnisse zu erweitern oder einen anderen Tätigkeitsbereich kennenzulernen. Arbeitswelt 2 Nach dem Ende der Ausbildung steht man vor der großen Aufgabe, einen Arbeitsplatz zu finden. Da man sich gegenüber mehreren Kandidaten behaupten muss, ist es sehr wichtig, einen eindrucksvollen Lebenslauf zu formulieren. Auf die formellen und inhaltlichen Kriterien soll man achten, denn der Lebenslauf liefert den ersten Eindruck über den Bewerber. Die Suche nach der geeigneten Stelle ist nicht einfach, manchmal dauert sie mehrere Monate. Stellenanzeigen findet man in Zeitungen oder Fachzeitschriften und auch auf speziellen Internetseiten. Es ist ratsam, die Tätigkeitsbeschreibung und die Voraussetzungen für die Stelle gründlich zu lesen und sich erst dann zu bewerben, wenn man sich wirklich geeignet und qualifiziert fühlt. Zusätzlich zu dem Lebenslauf muss man auch einen Bewerbungsbrief verfassen, in dem man detailliert auf seine Qualifikation, Motivation, Stärken und Schwächen eingeht. Wenn die Bewerbung erfolgreich ist, wird der Kandidat zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dieser Schritt ist auch sehr wichtig, denn man soll hier persönlich den potenziellen Arbeitgeber von seinen Qualitäten überzeugen. Manchmal folgen dem ersten Gespräch noch weitere, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Wenn jemand nicht als Angestellter arbeiten möchte, hat er auch die Wahl, ein Unternehmen zu gründen und sich selbstständig zu machen. Bei einigen Unternehmensformen, wie eine Kommanditgesellschaft, braucht man für die Gründung kein Kapital. Bei anderen Formen, wie zum Beispiel einer GmbH, ist eine Mindestsumme als Kapital festgesetzt. Wenn aber so ein Unternehmen bankrott geht, haften die Gesellschafter nur für die investierte Summe. Eine eigene Firma hat natürlich den Vorteil, dass man weniger von anderen Kollegen abhängig und an feste Arbeitszeiten gebunden ist, für sich selbst arbeitet und flexibler ist. Dafür gibt es aber mehr zu tun, mehr administrative Aufgaben und ein neu gegründetes Unternehmen bringt auch viele Risiken in sich. Arbeitswelt 3 Heutzutage ist in vielen Ländern die Arbeitslosigkeit eines der größten Probleme. Nach dem Abschluss ihrer Studien können viele Berufseinsteiger keinen Job finden, der ihren Qualifikationen entspricht und nehmen andere Stellen an. In einigen Berufen gibt es ein Überangebot an hochqualifizierten Fachleuten. Deshalb haben einige keine andere Wahl, als sich weiterzubilden oder umzuschulen, eventuell ins Ausland zu gehen. Andere Erwerbsfähige haben keine Arbeit, weil sie gering oder überhaupt nicht qualifiziert sind. Diese finanzieren ihren Lebensunterhalt oft mit Gelegenheitsjobs. Neben den vielen, teilweise arbeitslosen Akademikern, gibt es in einigen Berufen Mangel an Fachkräften, vor allem bei Facharbeitern. Die Weltwirtschaftskrise der letzten Jahre, die Umstrukturierung von Unternehmen und der technische Fortschritt sind auch Gründe für die Entlassung von Angestellten. Der Staat spielt eine große Rolle bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Er hat die Möglichkeit, die heimischen Unternehmen zu unterstützen, damit diese expandieren können und dadurch neue Arbeitnehmer einstellen. Mit Steuervergünstigungen und der Schaffung von vorteilhaften Geschäftsbedingungen können auch ausländische Neuinvestitionen ins Land gelockt werden und hierzulande neue Arbeitsplätze schaffen. Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten sollen die arbeitslosen, aber erwerbsfähigen Menschen in der Arbeitswelt zurückführen. Teilzeitjobs und alternative Arbeitsformen wie die Telearbeit, die Gleitzeitarbeit oder Jobsharing können auch dazu beitragen, dass es mehr Erwerbstätige gibt. Behinderte, Studenten oder Mütter mit Kleinkindern könnten keine acht Stunden am Tag arbeiten, aber bestimmte Tätigkeiten können dank der neuen technischen Möglichkeiten als Telearbeit auch von zu Hause aus ausgeführt werden. Bei einer gleitenden Arbeitszeit ist nur eine Kernarbeitszeit festgelegt, Anfang und Ende können aber flexibel gestaltet werden. Die Einführung solch alternativen Arbeitsformen bietet nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch für Arbeitgeber Vorteile, denn sie können durch die Optimierung von Arbeit, Energie und Platz viel Geld sparen. Freizeit 1 Ich habe leider nur sehr wenig Freizeit, weil ich sehr viel arbeiten muss. Wenn sich aber die Möglichkeit ergibt, dann reise ich gern. Während einer Reise kann ich mich entspannen, die Alltagsprobleme vergessen und daneben auch andere Menschen und Kulturen kennenlernen. Nach der Arbeit, wenn ich Feierabend habe, gehe ich zweimal pro Woche schwimmen oder laufen. Ich halte die Bewegung für sehr wichtig. Manchmal fällt es mir aber sehr schwer, nach einem harten Tag noch aktiv zu sein. Am liebsten würde ich mich einfach schlafen legen. Ein oder zweimal treffe ich am Abend meine Freunde in einer Bar, in einem Café. Wir tanzen, trinken etwas oder unterhalten uns über Privatleben, Arbeit und Pläne. An solchen Tagen komme ich ziemlich spät nach Hause, ziehe mich um und falle einfach ins Bett. An meinen freien Abenden lese ich gerne. Einen Lieblingsschriftsteller habe ich nicht, aber ich mag fast alles von den Science-Fiction-Büchern bis zu romantischen Geschichten. Ich sehe sehr selten fern, weil ich davon ganz schnell abhängig werden kann. Außerdem finde ich, dass heutzutage sehr viele sinnlose und langweilige Sendungen im Fernsehen laufen. Deshalb sehe ich mir im Wesentlichen nur die Nachrichten an. Über das aktuelle Tagesgeschehen informiere ich mich auch im Internet. Aber es kann auch schnell abhängig machen. Die Computerspiele, die Gemeinschaftsseiten oder einfach nur das Surfen im Internet rauben mir manchmal drei bis vier Stunden, ohne dass ich es bemerken würde. Theater, Konzert oder Museumsbesuche unternehme ich etwa einmal pro Monat. Ich habe keine Jahreskarte, sondern informiere mich lieber über das aktuelle Programm und wenn etwas Interessantes veranstaltet oder ausgestellt wird, versuche ich hinzugehen. Außerdem habe ich auch ein Hobby, nämlich das Fotografieren. Egal wo ich hingehe, einen Fotoapparat habe ich immer dabei. Ich versuche alle Momente festzuhalten, die einzigartig oder ganz einfach nur schön sind. Dieses Hobby ist ziemlich kostspielig, denn außer der technischen Ausstattung muss man die Fotos auch ausdrucken. Ich bin natürlich kein Profi, sondern genieße es ganz einfach Fotos zu machen, habe aber nicht vor, in der Zukunft als Fotograf zu arbeiten. Freizeit 2 Heutzutage gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man seine Freizeit verbringen kann. Manche Menschen sind Naturliebhaber und unternehmen etwas im Freien. Wandern, Bergsteigen oder einfach nur an der frischen Luft einen Ausflug zu machen, ist für viele, egal ob jung oder alt, eine beliebte Freizeitbeschäftigung. In den Großstädten bieten sich meistens nicht so viele geeignete Orte für solche Aktivitäten, deshalb müssen Großstadtbewohner etwas weiter wegfahren als andere, die auf dem Lande wohnen. Reisen ist auch für viele Menschen eine beliebte, wenn auch etwas teure Freizeitbeschäftigung. Man muss allerdings nicht unbedingt ins Ausland fahren, um etwas Schönes zu erleben. Auch Ungarn bietet zu jeder Jahreszeit zahlreiche schöne Landschaften und Erlebnismöglichkeiten für die ganze Familie. Sportler verbringen ebenfalls viel Zeit im Freien, vor allem wenn das Wetter auch mitspielt. Joggen oder Radfahren kann man auch alleine, Fußball spielt man mit mehreren Freunden zusammen. Wie auch immer, Bewegung ist immer eine nützliche Freizeitaktivität. Kulturliebhaber haben es einfacher, wenn sie in einer Stadt leben. Zahlreiche Museen warten mit ständigen oder temporären Ausstellungen auf ihre Besucher. Konzerthallen und Theater bieten ein vielfältiges Programm. Man kann sich im Internet aus Programmheften oder in den Kartenbüros über die Programme informieren und die Karten kaufen. Leider werden Theateraufführungen immer weniger von der jüngeren Generation besucht, obwohl diese ein unvergessliches Erlebnis bieten können. Wenn Jugendliche ausgehen und sich mit ihren Freunden treffen, bevorzugen sie Kinos oder Bars und Lokale, wo sie sich unterhalten, etwas trinken oder tanzen können. Wenn man keine Lust hat, auszugehen, kann man seine Freizeit auch zu Hause verbringen. Lesen und Fernsehen sind die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Menschen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen oder wenn das Wetter zu wünschen übrig lässt. Man muss nicht unbedingt einen vollen Bücherschrank haben, denn heutzutage gibt es sogar die Möglichkeit, E-Books, elektronische Bücher aus dem Internet herunterzuladen, wenn man das passende Werk nicht zu Hause hat. Das Internet bietet natürlich auch zahlreiche andere Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen. Außer den aktuellen Nachrichten kann man auf Gemeinschaftsseiten mit Freunden sprechen, Fotos ansehen, Lieder hoch- oder herunterladen, Musik hören, Filme sehen oder einfach nur E-Mails schreiben oder im Internet surfen. Möchte man seine Freizeit gemütlich gestalten, setzt man sich mit ein paar Leckerbissen vor den Fernseher und sieht sich einen guten Film an. Es gibt auch Fernsehsendungen wie die Reality-Shows oder Serien, die sogar abhängig machen können. Hausarbeit und Gartenarbeit ist für einige Menschen nur ein Muss, für manche aber eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Vor allem Kochen ist für viele Frauen und Männer eine gute Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben und natürlich am Ende die Köstlichkeiten zu kosten. Wenn man zu Hause bleiben, aber dennoch nicht allein sein möchte, kann man Verwandte oder Freunde zu sich einladen, eine Party veranstalten oder die Zeit ganz einfach mit Gesprächen bei Kaffee und Kuchen verbringen. Für eine Familie spielt die Zeit zu Hause eine besonders wichtige Rolle, denn die Familienmitglieder können am Abend über ihre Erlebnisse berichten, Probleme besprechen oder einfach nur zusammen sein und gemeinsam etwas unternehmen. Gesundheit 1 Wenn man sich bewusst ernährt, kann man zu seinem allgemeinen Wohlbefinden viel mehr beitragen, als man denkt. Im Idealfall sollte man mehrmals täglich Obst und Gemüse essen. Was sollte auf unserer Speisekarte stehen? Fettarme, vitaminreiche, mineralhaltige Speisen, viel Obst, frisches rohes Gemüse, Vollkornprodukte, fettarme Milchprodukte, Fleisch mit Maß, Fisch, wenig Salz und Zucker, viel Flüssigkeit. Gegen Durst ist das Mineralwasser, Obstsaft oder Kräutertee das Beste. Man sollte aber starke, süßte Fruchtsäfte meiden. Wichtig dabei ist, dass man sich richtig Zeit nimmt, in aller Ruhe zu essen und man soll alles gründlich kauen. Man sollte mehrere kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen, am besten fünfmal am Tag. Sich viel zu bewegen, kann auch unserer Gesundheit förderlich sein. Egal ob an der frischen Luft, zu Hause oder in einem Fitnessraum, nur regelmäßig soll es sein. Die tägliche Körperpflege ist für unsere Gesundheit auch unerlässlich. Sich täglich zu duschen oder ein Bad zu nehmen, ist natürlich selbstverständlich. Schon den kleinen Kindern müssen die Eltern die richtige Zahnpflege beibringen. Für die Körperpflege stehen einem viele Pflegemittel zur Verfügung. Seife, Duschbad, Körperlotion, Zahnpasta und so weiter. Und das Ergebnis? Man fühlt sich fitter und zufriedener, bleibt schlank und gesund. Lohnt es sich etwa nicht? Gesundheit 2 Wenn man krank ist, muss man sich an einen Arzt wenden. In unserem Land gibt es freie Arztwahl, das heißt, dass man seinen Hausarzt frei wählen kann. Die Behandlung beim Hausarzt ist kostenlos. Es gibt aber auch Privatpraxen, wo man für die Untersuchung bezahlen muss. Wenn man schwer krank ist, muss man ins Krankenhaus gehen. Die Krankenkasse übernimmt in den meisten Fällen die Kosten einer Operation. Vom Hausarzt wird der Kranke untersucht. Man muss den Oberkörper freimachen, der Arzt misst den Blutdruck, fühlt den Puls. Wenn es nötig ist, werden da Bohruntersuchungen vorgenommen. Blutprobe, Urinprobe Der Arzt stellt aufgrund der Symptome fest, was dem Kranken fehlt. Er verschreibt ihm Medikamente und schreibt ihn krank. Es gibt Arzneien, die man auch rezeptfrei kaufen kann, aber viele sind rezeptpflichtig. Wenn man schwer krank ist, wird man ins Krankenhaus eingewiesen, da der Hausarzt komplizierte Untersuchungen nicht durchführen kann. Hier arbeiten Fachärzte wie Chirurgen, Kynäkologen, Hausärzte, HNO-Ärzte und so weiter. Im Winter kommen die Erkrankungen der Atemwege am häufigsten vor. Erkältung, Grippe, Schnupfen oder Halsentzündung Man fühlt sich niedergeschlagen, hat Fieber, Schnupfen, man hustet und niest. Am besten ist es, wenn man ein paar Tage lang das Bett hütet. Der Arzt verordnet Bettruhe. Man soll viel Flüssigkeit trinken und leichte Speisen essen. Es gibt noch viele weitere Krankheiten, Infektionskrankheiten, z.B. Diphtherie, Tuberkulose, Kinderkrankheiten, z.B. Masern, Mumps, Zivilisationskrankheiten, z.B. Herzinfarkt, Kreislaufstörung, Allergie, Diabetes. Wenn man den Ärzten nicht vertraut, sucht man einen Heilpraktiker auf und probiert verschiedene Naturheilverfahren aus. Man kann Aroma-, Luft- oder Lichttherapie machen oder alternative Ernährungstherapien versuchen. Man kann verschiedene Kräutertees trinken und Heilkräuter anwenden. Atmungs- und Bewegungstherapien wie Yoga, Meditation oder Tai-Chi können unsere Seele beruhigen und uns Stresssituationen meistern lassen. Einkaufen 2 Es gibt sehr viele Geschäftstypen, von denen man wählen kann, je nachdem, welche Produkte, welche Menge und wann man kaufen möchte. Der kleinste Geschäftstyp ist der Tante-Emma-Laden. Dieser befindet sich in Wohngebieten und bietet hauptsächlich Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Die Preise sind hier nicht besonders günstig. Es ist aber sehr leicht erreichbar und meistens auch rund um die Uhr geöffnet. Supermärkte liegen auch in Wohngebieten oder in frequentierten Teilen der Stadt. In diesen Geschäften tätigen viele Menschen ihre Einkäufe während der Woche und manchmal auch am Wochenende. Hier gibt es bereits ein größeres Angebot als in einem Tante-Emma-Laden und mehrere Abteilungen, wo man neben Lebensmittel auch Kleidungsstücke, elektronische Artikel oder Spielwaren kaufen kann. Noch größer sind die Hypermärkte, die sich meistens außerhalb der Stadt befinden und eher mit Auto zugänglich sind. Hier gibt es eine besonders breite Auswahl und die Preise sind auch etwas günstiger als in einem Supermarkt. Immer mehr Menschen tendieren dazu, Obst, Gemüse und auch Fleischprodukte auf einem Markt einzukaufen. Die Lebensmittel sind hier meistens frischer, man findet viele Bioprodukte und die Waren werden von heimischen Produzenten angeboten. In vielen Großstädten gibt es sogenannte Einkaufszentren, wo man mehrere Fachgeschäfte unter einem Dach findet. Das Konzept von Einkaufszentren ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich der Käufer wohlfühlt und neben Einkaufsmöglichkeiten auch Unterhaltungsmöglichkeiten findet. Man kann hier einen Kaffee trinken, zum Mittagessen, zum Friseur oder sogar ins Kino gehen. Viele Menschen bevorzugen diese Art von Einkaufen und seitdem die Einkaufszentren eröffnet wurden, mussten sehr viele kleinere Geschäfte schließen. Einkaufen bei Heutzutage bevorzugen viele Menschen eine etwas andere Art von Einkaufen, das sogenannte Online-Shopping. Es gibt viele Warenhäuser im Internet, die sich auf bestimmte Produkte spezialisieren, aber auch Anbieter wie eBay oder Amazon, wo man alles kaufen oder auch verkaufen kann. Möchte man seine alten, gebrauchten oder einfach nur überflüssigen Sachen loswerden, kann man sich bei einem Online-Warenhaus registrieren, Fotos aufladen und seine Produkte für einen festgelegten Preis verkaufen oder auch versteigern. In vielen Fällen ist diese Möglichkeit kostenlos oder sehr günstig. Immer mehr Kunden tendieren dazu, im Internet einzukaufen, weil sie so nicht an die Öffnungszeiten der Geschäfte gebunden sind, keine Zeit mit der Fahrt verbringen müssen, sich ganz einfach die günstigste Möglichkeit aussuchen können und die gekauften Produkte von Haus zu Haus geliefert bekommen. Die Bezahlung erfolgt durch Überweisung oder per Nachnahme bei der Lieferung. Es gibt auch das sogenannte Paypal-System, wenn man eine bestimmte Summe auf ein virtuelles Konto hochladen und sie dann abkaufen kann. Online-Käufer kaufen vor allem solche Produkte, die man nicht probieren oder auf die Qualität hin prüfen muss. Die meistgekauften Waren sind elektronische Artikel sowie Konzert und andere Karten, aber Lebensmittel werden weniger konsumiert. Trotz der Vorteile wird diese Art des Einkaufs von vielen Konsumenten als gefährlich und unsicher angesehen. Sie befürchten, dass ihre persönlichen Daten missbraucht werden, dass sie keine oder nur beschädigte Produkte bekommen und lediglich eine eingeschränkte Möglichkeit zur Reklamation haben. Wenn man sich zuerst gründlich über das ausgewählte Geschäft informiert, können jedoch solche Unannehmlichkeiten vermieden werden. Für die Verkäufer besteht allerdings auch ein Risiko, denn einige Kunden missbrauchen ihre Rechte und schicken die Waren innerhalb der festgelegten Zeit zurück, obwohl sie sie schon benutzt haben. Diese neue Form von Geschäften hat auch einen Vorteil für die Gesellschaft, denn sie schafft viele, teilweise flexible Arbeitsplätze. Dienstleistungen sind ein Bereich der Wirtschaft, wo im Gegensatz zu der Landwirtschaft und zum produzierenden Gewerbe keine Güter produziert, sondern Dienstleistungen bereitgestellt werden. Das Angebot des Dienstleistungssektors ist sehr breit und umfasst Leistungen des Handels und Verkehrs, des Bank- und Versicherungsgewerbes, der freien Berufe wie Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte oder Architekten und die des öffentlichen Dienstes. Die Bedeutung des Dienstleistungssektors innerhalb der Wirtschaft wächst immer mehr. Zu den öffentlichen Dienstleistungen gehören die Tätigkeiten, die der Staat zur Verfügung stellt. Dazu zählen die öffentlichen Ämter, wo man zum Beispiel persönliche Dokumente wie Personalausweis oder Führerschein beantragen kann. Das Unterrichtswesen, also die meisten Schulen, werden auch vom Staat getragen und sind größtenteils kostenlos. Der größte Teil des Gesundheitswesens gehört auch zu diesem Bereich, wo man aufgrund der bezahlten Beiträge versorgt wird, wenn man krank ist. Die Polizei und die Feuerwehr bieten ebenfalls öffentliche Dienstleistungen, um das Eigentum und das Leben der Menschen zu sichern und zu schützen. Die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, werden Angestellte des öffentlichen Dienstes genannt. In Ungarn sind auch einige Energiedienstleister, die Bahn und die Post öffentliche Dienstleister. In anderen Ländern sind ähnliche Unternehmen aber bereits privatisiert worden und arbeiten als private Anbieter weiter. Eigentlich sind die vom Staat betriebenen Dienstleister nicht profitorientiert, sondern möchten nur ihre Kosten abdecken, daher muss man für viele Leistungen nicht zahlen. Die Einnahmen dieser Unternehmen werden für andere Staatsausgaben verwendet. Dienstleistungen 2 Die meisten Dienstleister sind Privatunternehmen und daher auch gewinnorientiert. Sie stellen ihre Arbeit zur Verfügung und werden dafür bezahlt. Solche Dienstleistungen nimmt man Tag für Tag in Anspruch, zum Beispiel, wenn man sich beim Friseur die Haare schneiden lässt, beim Anwalt einen Vertrag unterschreibt, in einer Bank Geld wechselt, in der Werkstatt sein Auto reparieren lässt oder seine Kleider in die Reinigung bringt. Wichtige Gebiete innerhalb der Dienstleistungen von Privatunternehmen sind der Handel und die Logistik, also der Verkauf von Produkten, ihre Lagerung und ihr Transport. Hierzu gehören noch der Tourismus und das Gaststättengewerbe, also alle Dienstleistungen, die in einem Hotel, einer Pension oder in einem Restaurant erbracht werden. Finanzielle Dienstleistungen werden von den Banken und Kreditinstituten angeboten, wo man sein Konto führen, Geld anlegen oder Kredit aufnehmen kann. Bei den Versicherungsanstalten kann man unterschiedliche Versicherungen abschließen, zum Beispiel Lebensversicherung, Unfallsversicherung oder eine Wohnungsversicherung. Wenn man ein Produkt kauft, nimmt man meistens auch produktbegleitende Dienstleistungen in Anspruch. Beim Kauf eines Gerätes gewährt der Verkäufer oder der Hersteller oft eine Garantie für den Fall, dass das Gerät kaputt geht oder übernimmt die Wartung einer Maschine für eine bestimmte Zeit. Erwirkt man in einem Modegeschäft ein Kleidungsstück, das nicht perfekt passt, wird es als ergänzende Dienstleistung maßgeschneidert. Heutzutage gibt es sehr viele Anbieter und Produkte auf dem Markt, sodass sich die Kunden oft nicht nur aufgrund des Preises oder der Qualität, sondern auch der Extra-Leistungen für den einen oder anderen Händler entscheiden. Die meisten Menschen reisen gerne in ihrer Freizeit. Es gibt verschiedene Reiseformen wie Urlaubsreisen, Geschäftsreisen oder Studienreisen. Man kann das ganze Jahr über verreisen, aber der Sommer ist im Allgemeinen die beliebteste Urlaubszeit. Dann haben die Schüler und Studenten nämlich Ferien in der Schule und diejenigen, die schon arbeiten, nehmen sich freie Tage. Die Hobbys und die Bedürfnisse der Menschen sind sehr unterschiedlich. Einige liegen gern in der Sonne und baden im Meer, andere gehen lieber wandern. Einige übernachten gern bequem in einem Hotel, andere lieber abenteuerlich in einem Zelt auf dem Campingplatz. Wenn jemand die Reiseroute und die Programme lieber selbst zusammenstellen und sich nicht an eine Touristengruppe anpassen möchte, macht er am liebsten einen Individualurlaub. Viele bevorzugen aber die von Reisebüros organisierten Reisen. Reiseveranstalter stellen Reisepakete zusammen, die man bei den Reisebüros buchen kann. Man kann hier Flugkarten kaufen, ein Hotelzimmer reservieren oder eine Versicherung abschließen. Es gibt aber auch Pakete, bei denen mehrere Dienstleistungen im Preis inbegriffen sind. Diese Reisen nennt man auch Bauscharreisen, wo die Fahrt, der Transfer, die Unterkunft, die Verpflegung, die Versicherung und oft auch unterschiedliche Programmmöglichkeiten in den Kaufpreis inkludiert werden. Die Reisebüros stellen auch einen Reiseleiter, damit dieser den Gästen vor Ort mit Informationen oder bei Problemen weiterhilft. Wenn jemand in einer anderen Stadt oder einem anderen Land beruflich unterwegs ist, dann macht er eine Geschäftsreise. Diese Reisen dauern meistens ein paar Tage, aber man hat nur wenig Gelegenheit, die lokalen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Heutzutage studieren die Jugendlichen für einige Semester in anderen Ländern, wenn sie ein Stipendium für ein Auslandssemester an einer Hochschule oder Universität erhalten. Es ist eine gute Möglichkeit, die Fremdsprache zu praktizieren, Erfahrungen zu sammeln und neue Kontakte mit ausländischen Studenten zu knüpfen. Reisen 2 Wenn man verreisen möchte, sollte man sich gut vorbereiten. Man sollte die Gültigkeit des Reisepasses und anderer Dokumente überprüfen, eventuell Geld wechseln und natürlich alles einpacken. Manche fahren gern mit dem eigenen Auto auf Urlaub, weil man so flexibel ist und in bestimmten Fällen ist es auch billiger als andere Fahrmöglichkeiten. Wählt man den Zug oder den Bus, so muss man nicht auf den richtigen Weg achten und die Landkarte studieren. In diesen Fällen ist man aber an eine Reiseroute und manchmal auch an eine Reisegruppe gebunden. Klimatisierte und gut ausgestattete Reisebusse sowie komfortable Schlafwaggons in den internationalen Zügen sorgen dafür, dass sich diese Verkehrsmittel auch für große Entfernungen gut eignen. Möchte man schnell am Ziel ankommen, wählt man meistens das Flugzeug. Wegen dem Einchecken und der Passkontrolle muss man bereits zwei Stunden vor dem Flug am Flughafen eintreffen. Bei der Registrierung wird auch das Gepäck abgewogen, denn es darf das vorgeschriebene Maximalgewicht nicht überschreiten. Sonst muss man eine zusätzliche Gebühr bezahlen. Neben den traditionellen Fluggesellschaften gibt es seit einigen Jahren auch die sogenannten Billigflieger, die für einen günstigeren Preis mit begrenzten Dienstleistungen unterwegs sind. Sie bieten keine kostenlose Verpflegung an Bord und landen meistens nicht auf dem zentralen Flughafen einer Stadt. Es gibt auch solche Reisen, bei denen die Teilnehmer eine oder sogar mehrere Wochen an Bord eines Schiffes verbringen und nur eine kurze Zeit auf dem Festland. Diese Reisen nennt man Kreuzfahrten. Sie werden mit einem gut ausgestatteten Kreuzfahrtschiff unternommen. Der Mittelmeerraum und die Karibik sind beliebte Reiseziele bei Touristen, die sich für eine solche Reiseform interessieren. Wenn man in Urlaub fährt, möchte man sich meistens entspannen. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Beim Strandurlaub liegt man in der Sonne, badet im Meer oder geht am Strand spazieren. Es lohnt sich aber immer die lokalen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, um den Urlaub erlebnisreicher zu gestalten. Kultururlauber reisen in andere Länder, um die Destinationen zu erkunden, Menschen und Kultur kennenzulernen oder örtliche Spezialitäten zu probieren. Aktivurlauber wandern in den Bergen, Ökotouristen erholen sich in der Natur vom Alltagsstress. In allen Fällen sollte man aber einen Reiseführer mitnehmen, der alle wesentlichen unnützlichen Informationen über Programmmöglichkeiten, Verkehrsmittel, Wetter und so weiter enthält. An örtliche Touristenbüros kann man sich auch wenden, wenn man weitere Informationen oder Hilfe braucht. Entsprechend den eigenen Vorstellungen und dem Urlaubsbudget sucht man auch die Unterkunftsmöglichkeiten aus. Touristen können in Hotels, Pensionen, Gasthäusern, Privathäusern, Apartments, Jugendherbergen oder auf Campingplätzen übernachten. Als Verpflegung bieten die Unterkünfte meistens all-inklose, Voll- oder Halbpension oder nur Frühstück. Die meisten Urlauber wählen die Übernachtung in Hotels, in Einzelzimmern, Doppelzimmern oder Suiten. Nach dem Einchecken an der Rezeption bekommt man den Zimmerschlüssel oder die Karte. Hotels bieten den Gästen unterschiedliche Dienstleistungen und werden demnach mit Sternen kategorisiert. In den Vier- und Fünf-Sterne-Hotels bieten bequeme Hotelzimmer, hoteleigene Restaurants und Bars und oft auch ein Wellnessbereich optimale Erholungsmöglichkeiten. Man kann auch billigere Unterkünfte wählen, diese bieten aber nur eine begrenzte Zahl von Dienstleistungen. Diejenigen, die sich für den Dorftourismus interessieren, übernachten meistens in Privathäusern, um den Urlaub authentischer zu gestalten. Öko- und Naturtouristen sowie Abenteuerlustige schlafen dafür oft in Zelten. Essen eins Heutzutage sind in den Geschäften sehr viele unterschiedliche Lebensmittel erhältlich. Es hängt also nur von unseren Essgewohnheiten und natürlich von unserem Haushaltsbudget ab, was wir kaufen. Obst und Gemüse gehören auf jeden Fall zur gesunden Ernährung dazu und sollen jeden Tag auf der Speisekarte stehen. Egal ob gekocht, gegrillt oder gepresst, als Suppe, Hauptgericht oder Dessert, man darf nicht auf sie verzichten, denn sie enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe und regulieren auch den Stoffwechsel. Eltern sollten die Wichtigkeit von gesunder Ernährung ihren Kindern bewusst machen, damit sie später als Erwachsene auch gesunde Lebensmittel und Speisen bevorzugen. Außer Obst und Gemüse braucht man natürlich auch Fleisch, Getreide und Milchprodukte. Es ist jedoch nicht egal, ob man vollen Korn oder Weißbrot wählt oder wie viel Fett die einzelnen Produkte enthalten. Die hektische Lebensweise, vor allem in den Großstädten, und die große Auswahl an Tiefkühl- und Schnellgerichten führt dazu, dass viele Menschen statt frischen Speisen lieber eine 10-Minuten-Pizza in der Mikrowelle zubereiten oder in einen Schnellimbiss gehen. Wenn es selten vorkommt, wird sich das natürlich nicht schlechter auf die Gesundheit aus, aber wenn es zur Gewohnheit wird, kann es hohen Blutdruck, einen hohen Cholesterenspiegel oder Übergewicht zur Folge haben. Die Esskultur hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Es kommt häufig vor, dass Familien nur manchmal, vor allem am Wochenende, eine Mahlzeit gemeinsam einnehmen und das Essen rückt im Alltag in den Hintergrund. Auch ein Trend zur Bio ist in letzter Zeit zu beobachten. Immer mehr Menschen tendieren dazu, frische Bioprodukte zu kaufen, die nicht mit Chemikalien behandelt wurden, auch wenn sie ein wenig teurer sind. Essen 2 Hausgemachte Speisen sind immer die besten, sagt man oft. Für viele Familien ist das Wochenende die einzige Zeit, wenn sie beim Mittagessen an einem Tisch sitzen und sich unterhalten können. In Ungarn kochen viele Hausfrauen nicht nur am Wochenende, sondern oft auch an Wochentagen und das Frühstück nehmen die Menschen normalerweise zu Hause zu sich. In vielen Ländern hat es aber Tradition, in einem Kaffee oder in einem Schnellimbiss zu frühstücken und den Morgenkaffee zu genießen. Bei Familienfeiern oder an den Festtagen essen die Familien meistens zu Hause. Die Großmutter oder die Mutter bereitet das Festmenü zu. Wenn man keine Zeit oder Lust hat, etwas zu kochen, kann man in einem Restaurant zu Mittag oder zu Abend essen. Viele Menschen gehen zu besonderen Anlässen in Restaurants, wenn eine sehr große Gesellschaft zusammenkommt, die in einem Wohnzimmer kaum Platz hätte. Es ist eine sehr bequeme Möglichkeit zu essen, denn man muss die Speisen nicht selbst kochen. Man kann unter vielen Gerichten wählen und auch solche ausprobieren, die man selbst nur schwer zubereiten könnte. Das appetitliche Servieren spielt natürlich auch eine große Rolle, denn man hat mehr Lust, etwas zu essen, wenn es schön aussieht. Viele Restaurants locken die Menschen an Wochentagen mit einem günstigen Tagesmenü. Das ist eine praktische Möglichkeit, in der Mittagspause schnell etwas Gekochtes in der Nähe des Arbeitsplatzes zu essen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, unter denen man wählen kann. Typisch ungarische Restaurants, wo man vor allem traditionelle Gerichte auf der Speisekarte findet und dazu aromatische ungarische Weine serviert bekommt, aber auch viele Plätze mit internationaler Küche. Egal ob italienisches, indisches, chinesisches Essen oder Sushi, jeder findet für sich das Passende. Es ist jedoch ratsam, sich vor dem Restaurantbesuch über die Auswahl, die Qualität und die Preise zu informieren. Essen 3 Die ungarische Küche ist sehr berühmt. In vielen Ländern stehen unsere Gerichte auf der Speisekarte. Für die Speisen verwendet man im Allgemeinen viele Gewürze wie Pfeffer, Gewürzpaprika und Majoran und auch mit Salz wird nicht gespart. Typische ungarische Gemüsesorten beim Kochen sind Zwiebeln, Tomaten, Paprika. Die berühmtesten ungarischen Spezialitäten sind das Birkert aus Hühner, Rind oder Schweinefleisch, natürlich mit Schweineschmalz zubereitet, die Gulaschsuppe, gefülltes Kraut mit würzigem Hackfleisch sowie Nudelgerichte wie Topfenflecken oder Hortobaya Fleischpalatschinken. Unser sogenanntes Leccio ähnelt der französischen Spezialität Ratatouille. Die Suppen wie die Hühnersuppe Uihasa-Art, die Fischsuppe oder die Yokoi-Bohnensuppe dürfen hierzulande auch von keiner Speisekarte fehlen. Schomblauer Nockeln, Dobosch-Torte, Rigo-Yonchi und Kastanienpüree sind die bekanntesten und beliebtesten ungarischen Desserts. Unsere Gänseleber, unsere Salami, die Zwiebeln aus Mokko und einige Weine sind sogar Hungarika. An Feiertagen gibt es auch in Ungarn traditionelle Gerichte, die zu solchen Anlässen bevorzugt werden. Zu Weihnachten kommt bei vielen Familien Fischsuppe, gefülltes Kraut, Forelle, Karpfen oder Putenfleisch auf den Tisch. Beugeln mit Mohn- oder Nussfüllung gehören zu den Festtagen auch dazu. An Neujahr wird oft Sülze, Spanferkel und ein Gericht aus Linsen zubereitet, weil das für das nächste Jahr Glück bringen soll. Ungarische Weine sind auch ein wichtiger Bestandteil der Küche. In unseren 22 Weinregionen werden weltberühmte Weinsorten hergestellt, wie zum Beispiel das Erlauer Stierblut, das Erlauer Mädchen, der Tokajer Ausbruch, der Graue Mönch oder der Blau-Fränkische. Kommunikation 1 Sprachkenntnisse spielen in unserer modernen Welt eine immer wichtigere Rolle. Beherrscht man eine Fremdsprache, hat man bessere Chancen im Leben. Man kann eine gute Stelle finden. Wenn man ins Ausland fährt, kann man sich dort leichter zurechtfinden. Wenn man im Ausland ist, kann man mit den Einheimischen besser kommunizieren und neue Kontakte knüpfen. Andere Länder und Menschen kennenzulernen, ist immer eine lustige und nützliche Sache. Heutzutage, aufgrund der raschen Entwicklung der Technik, gibt es viele gute Möglichkeiten, eine Fremdsprache zu üben. Man kann im Internet surfen, chatten, sich fremdsprachige Fernsehsendungen ansehen, Bücher und Zeitungen in einer Fremdsprache lesen. Wenn man eine gute Arbeitsstelle finden möchte, hat man bessere Chancen, wenn man eine Fremdsprache beherrscht. In Ungarn haben viele ausländische Firmen eine Niederlassung und hier werden vor allem Mitarbeiter angestellt, die mindestens eine Fremdsprache gut können. In einigen Berufen sind Fremdsprachenkenntnisse unentbehrlich, wie zum Beispiel im Außenhandel oder im Tourismus. In unserem Land ist der Fremdenverkehr von großer Bedeutung. Viele Touristen kommen aus den deutschsprachigen Ländern. Heutzutage dominiert Englisch überall. Fast alle Schüler wollen als erste Fremdsprache Englisch lernen. Danach folgen Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch. Auch exotische Sprachen sind immer beliebter. Kommunikation 2 Zum Glück erkennen immer mehr Menschen, wie wichtig es ist, eine Fremdsprache gut zu beherrschen. Die kleinen Kinder fangen schon im Kindergarten an, eine Fremdsprache zu lernen. Das ist zwar ein bisschen zu früh, aber besser früh als nie. In den Grundschulen fängt der Fremdsprachenunterricht meistens in der dritten Klasse an. Die Schüler haben ein oder zwei Stunden pro Woche. In immer mehr Schulen gibt es Klassen mit erweitertem Sprachunterricht. Das heißt, dass die Schüler fünf bis acht Stunden pro Woche eine Fremdsprache lernen können. Es gibt einige bilinguale Schulen, wo die Schüler bestimmte Fächer in einer Fremdsprache lernen. Dazu brauchen sie sehr gute Sprachkenntnisse. So lernen sie in einer Vorbereitungsklasse in 15 bis 20 Stunden pro Woche intensiv die Fremdsprache. In den Stunden arbeiten die Schüler mit Texten, sie erweitern ihren Wortschatz, führen Gespräche zu verschiedenen Themen, äußern sich in Alltagssituationen, machen Dialoge, hören sich Texte von der CD an. Wenn man an eine Hochschule oder Universität geht, beherrscht man schon im Allgemeinen mindestens zwei Fremdsprachen. Erwachsene lernen Fremdsprachen meistens in Sprachschulen oder bei Privatlehrern. In den Sprachschulen ist die Anzahl der Schüler in den Gruppen zwischen vier und zehn. Es kostet nicht so viel wie das Lernen bei einem Privatlehrer, dafür ist das Lernen aber effektiver und intensiver. Der Lehrer muss sich nur auf einen Schüler konzentrieren. Wenn man seine Sprachkenntnisse verbessern oder auffrischen möchte, lohnt es sich, ins Zielland zu fahren. Dort ist man wirklich gezwungen, in der Fremdsprache zu sprechen. Außerdem kann man Freundschaften schließen, Land und Leute kennenlernen. Wenn man ausreichende Sprachkenntnisse hat, hat man die Möglichkeit, in den Prüfungszentren einer Sprachprüfung abzulegen. In drei Stufen, in Grund-, Mittel- und Oberstufe, werden Prüfungen organisiert. Eine Prüfung besteht aus einem mündlichen und einem schriftlichen Teil. Wenn man in der Sprachprüfung 60 Prozent erreicht, hat man bestanden. Kommunikation 3 Information bedeutet heutzutage alles. Informationen kann man durch Kommunikation mit anderen Menschen oder mit Hilfe verschiedener Telekommunikationsmittel erhalten. Ohne Kommunikation und Medien würde in unserer modernen Welt nichts funktionieren. Da die technischen Mittel dazu fast für alle zugänglich sind, hat schon fast jeder ein Handy, viele haben zu Hause einen Computer oder Laptop, natürlich mit Internetanschluss. Man sieht jeden Tag fern, telefoniert, hört auf dem Weg zur Arbeitsradio im Auto, liest Zeitungen und Bücher. Sogar ganz kleine Kinder haben Handys, weil ihre Eltern sie immer erreichen wollen. Immer und überall erreichbar zu sein, hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. So wird die Kommunikation schneller und leichter, aber manchmal möchte man allein sein oder ungestört arbeiten, mit der Familie zusammen sein, das geht aber nicht immer. Moderne Handys haben schon so viele Funktionen, dass man mit ihnen fast wie mit einem Computer arbeiten kann. Man kann mit einem Handy nicht nur telefonieren, sondern auch SMS oder MMS schicken, Fotos machen oder spielen. Ohne Computer ist das heutige Leben nicht mehr vorstellbar. Fast jeder hat zu Hause einen Computer oder Laptop. Wenn man zu Hause keinen Computer oder keinen Internetanschluss hat, kann man in die Bibliothek oder in ein Internetcafé gehen, um dort im Internet zu surfen. Internet ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden. Man kann Geld überweisen, chatten, Informationen oder Daten abrufen, etwas bestellen und so weiter. Internet ist sehr nützlich, kann aber auch gefährlich sein, vor allem für kleine Kinder. Die Daten- und Informationsmenge ist ungefiltert, die Kinder können an Daten kommen oder Bilder angucken, die nicht für ihr Alter bestimmt sind. Verkehr 1 In unserem Leben ist der Verkehr in hohem Maße automatisiert. Wenn man innerhalb einer Stadt, eines Landes oder im Ausland ein Ziel erreichen möchte, fährt man meistens mit einem Verkehrsmittel. Das Auto ist vielleicht die bequemste Art zu fahren, weil man so von Haus zu Haus transportiert werden kann. Die Treibstoffkosten sind in letzter Zeit allerdings sehr angestiegen und in Großstädten findet man oft schwer Parkplätze und nur für eine hohe Gebühr. In den Städten gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die viele Menschen von einem Ausgangspunkt zu einem Zielpunkt transportieren sollen. Um diese Verkehrsmittel zu benutzen, muss man eine Monats- oder Jahreskarte kaufen oder bei jeder Fahrt einen Fahrschein entwerten. Fährt man ohne gültige Fahrkarte, wird man vom Kontrolleur bestraft. In Budapest gibt es eine Vielzahl von Verkehrsmitteln. Stadtbewohner und Touristen können Autobusse, Trollibusse, Straßenbahnen und auch drei U-Bahn-Linien in Anspruch nehmen. Arbeitet oder wohnt man in einem Vorort oder am Rande der Stadt, kann man mit der sogenannten Vorortbahn in die Stadt fahren. Oft muss man zwei oder sogar dreimal umsteigen, aber trotzdem ist die Fahrt manchmal schneller als mit einem Pkw. In der Hauptverkehrszeit sind die Straßen meistens voll. Große Staus bilden sich und die Fahrer sind sehr gestresst, wollen endlich vorwärts kommen. In den meisten Großstädten wird dem Errichten von Fahrradwegen immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Wenn mehr Leute mit Fahrrädern unterwegs wären, könnte man nicht nur die vollen Straßen entlasten, sondern auch zum Umweltschutz beitragen. In kleineren Städten oder auf dem Lande ist der Verkehr nicht so rege und das Erreichen des Ziels ist manchmal ein großes Problem für diejenigen, die kein Auto besitzen. Die Autobusse im Inlandsverkehr fahren nicht so oft und es kommt häufig vor, dass Dorfbewohner nur ein oder zwei Mal pro Tag die Möglichkeit haben, die naheliegende Großstadt zu erreichen. Vor allem Pendler haben es schwer, die täglich zu ihrem Arbeitsplatz und wieder nach Hause fahren müssen. Als Alternative bietet sich der Zug an, mit dem man normalerweise zu einem zentral gelegenen Bahnhof fahren und von dort aus seine Reise fortsetzen kann. Verkehr 2 Verkehrsmittel werden nicht nur im städtischen Verkehr, sondern auch im Tourismus benutzt. Wenn man zu einer weit entfernten Station kommen möchte, hat man mehrere Alternativen. Neben dem Auto kann man auch mit internationalen oder regionalen Zügen, mit Reisebussen oder mit einem Flugzeug ans Ziel kommen. Heutzutage gibt es eigentlich keinen Zielort, der unerreichbar wäre. Verkehrsmittel werden allerdings auch für eine weitere wichtige Aufgabe verwendet. Für den Transport von Gütern im In- und Ausland. Auf den Autobahnen sind größere und kleinere LKWs unterwegs, an den Bahnsteigen fahren beladene Güterzüge vorbei. Auf den Flughäfen landen Flugzeuge, die die Luftpost bringen und in den Seehäfen werden Ladungen aus Frachtschiffen gelöscht. Ohne diese Transportmittel würde man die tägliche Post nicht erhalten und in den Geschäften ständen auch keine Artikel in den Regalen. Mit den Zügen und Schiffen transportiert man oft Flüssigkeiten wie Öl und große Warenmengen. Ein Vorteil der Bahn ist ihre Schnelligkeit, da ihr Weg frei ist. Ein logistischer Nachteil der Bahn ist es allerdings, dass die Fracht nicht von Tür zu Tür geliefert werden kann, sondern umgeladen werden muss. Heutzutage wird ein Großteil der Waren per Lufttransport geliefert. Ein Vorteil dieser Transportart ist, dass sie schnell ist und die Ware weniger Gefahren ausgeliefert ist. So kann man an den Verpackungskosten sparen. Vor allem wertvolle Waren wie Diamanten, dringend benötigte Produkte wie Medikamente oder schnell verderbliche Lebensmittel wie Obst werden auf diese Weise transportiert.